Okay, das war smart von ihr. Die hat noch mal kurz gestoppt. Das war smart von mir. Ja. Perfekt, zwei Downs. Cracked Huntress main. Let's go. Ja, das geht. Ich fahre die M1, das war dumm. Barbecue. Eh, ford. Ich habe ihn in die falsche Richtung geloopt, aber ich wusste, dass wenn sie das Fenster nimmt, habe ich sie. Wir werden sehen. Sollte reichen. Hallo Cherry Blossom. Hallo, hallo. Puh. Also nie, dass alle vier auf einmal sterben, war echt nice. Ja, das hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal jetzt, weil ich ja natürlich mit Huntress immer das Bild spiele. Aber es ist halt schon immer witzig. Meistens sind es nicht so normale Teams, sondern so toxische Teams, die dann dadurch drauf gehen. Was natürlich dann noch viel besser runter geht wie Öl. Aber ja, es ist schon immer relativ witzig. Ah, da versteckt es. Was war das? Live oder was? Live auf Zwang. Auch gut. Ich habe es versucht, die M1 Huntress build. Ich habe es gespielt. Für die Challenge. Natürlich ist es nicht so großartig. Die ist eigentlich ziemlich lecker. Der hat schon M1, aber ich halte auch. Das ist jetzt zu wichtig für ihn. In der M1 Hunt. er wird gedauert perfekt erst ein bisschen stallen die runde ist durch wahrscheinlich als fechert okay perfekt gut ist danach noch sehr gut das war ein breakable glaube ich so schnell sollte der der eigentlich hochkommt er bald cool was ist denn ARD Text im Auftrag von Funk